Ja, läuft. Hi, ich bin Ulf. Hi, ich bin Ulf. Meine Kumpels und ich, wir haben diese Werkstatt zusammen eingerichtet, filmen, wie wir Werkzeuge ausprobieren. Das habe ich früher als kleiner Junge mit meinem Opa ziemlich oft gemacht und ziemlich viel dabei gelernt, das dann aber eine ganze Zeit lang nicht mehr gemacht. Und mit Nis und Tilma, meinen Kumpels, verspreche ich mir doch einiges, dass ich da wieder was dazu lerne. Und das ist also eine Sandstrahlkabine. Darf ich auch machen? Ja, auf jeden Fall. Und das wollen wir euch zeigen. Von klein auf mache ich sehr gerne Musik, singe sehr gerne, schreibe Lieder. Dieses hier habe ich zum Beispiel mit 19 geschrieben und singe das manchmal mit meinen Kindern. Einer meiner Söhne hat mich auch in den Flensburger Bachchor gebracht. Da singe ich seit einigen Jahren sehr, sehr gerne mit. Ansonsten mache ich sehr, sehr gerne Sport, Fußball, Rudern, Joggen, aber auch was richtig Gutes und was ich jeden Tag mehrmals machen kann, ist mit Bo, unserem Hund, spazieren gehen. Außerdem koche ich unglaublich gerne mit meinem Kumpel Händen. Ich zeige dir das nachher und dann… Es ist immer ein Fest, wenn wir zusammenkommen und da wir auch gerne deutsch-italienische Sachen kochen. Ich finde, es sieht aus als wie beim Italiener. Lerne ich natürlich noch ein bisschen Italienisch. VOLUNA VITAS PERICORATEWA BENEKON Westfalia – einfach machen.